Vor wenigen Tagen begannen die Dreharbeiten zur 21. Staffel von Deutschland sucht den Superstar, Kandidaten kommen in die nächste Runde. Die Arbeiten zur neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar haben endlich begonnen. Das erste Casting vor einer Jury fand im Europa-Park in Rust statt. Die Juroren Beatrice Egli, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Loredana haben bereits eine Vorauswahl der Kandidaten getroffen, die in den Rückrufen 2004 und zwar an sich aufgenommen werden sollen. Ertl hatte vorab angekündigt, dass es für die neue Staffel von ZZ einen weiteren internationalen Rekal geben wird. Den Standort hielt die Agentur bisher jedoch geheim, aber im Sommer wird es in Griechenland externe Gespräche geben. Die Agentur Allianz veröffentlichte vor Beginn der Dreharbeiten eine Pressemitteilung, in der sie mit Fotos die Szenen der 21. Staffel, Deutschland sucht den Superstar, vorstellte. Zu sehen sind neben Fotos vom Europa-Park Rust und dem ZZ Studio von Ertl auch der Blick auf ein griechisches Bergdorf mit weißen Häusern und blauen Dächern. Dies ist genau das Aussehen, das man auf der malerischen griechischen Insel Santorini erwarten würde. Wird dort der Auslandsrückruf von Dutz durchgeführt? Bisher lag die griechische Insel Mykonos außerhalb des vom Rückruf betroffenen Landes. Bei all den Neuerungen dieser Saison besteht eine gute Chance, dass an neun Orten die Saison kommen.